Alle haben mir gesagt, wer ich bin, alle haben mir davon abgeraten, das zu tun, alle haben mir gesagt, dass es verdammt nochmal schwierig wird, dass es keine Chance auf Erfolg gibt, vielleicht finde ich es deswegen auch so spannend, ich bin ein Kind auf dem größten Spielplatz, den es gibt. Die Neugierde auf mich selbst, auf die Welt, das treibt mich immer wieder aufs Neue an. Warum sollte ich etwas tun, von dem ich weiß, dass ich es kann? Dinge zu versuchen, von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie überhaupt möglich sind. Wenn man so ein krasses Ziel hat, dann ist es einfach, sich nur auf dieses Ziel festzulegen. Everest Winter ist das Ziel und es gibt kein besseres Training als das Ziel selbst. Beim ersten Versuch sind die Chancen noch geredet, aber mit jedem weiteren Schritt komme ich meinem Ziel näher. Es ist nicht die Frage, ob zu lernen war. Welchen repeat? Leben ist eigentlich immer chill, was siefel chromophbursementeuresЕhrt. Alleiyerinnen sind das Ziel verletzten. Wer ist nicht so schön! So corrid-チurigart ist einfach gut,見 Euh... Am Ende des Tages besteige ich da nur irgendeinen bedeutungslosen, eisbedeckten Steinhauch. Ich muss dem Projekt eine Bedeutung geben. Und was könnte besser sein, als dass es mir einfach Spaß macht? Ich muss dem Projekt eine Bedeutung geben. Ich muss dem Projekt eine Bedeutung geben. Ich muss dem Projekt eine Bedeutung geben. Ich muss dem Projekt eine Bedeutung geben.